Nein, mir tut es nicht weh, dass ich raus bin. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich bereue nichts, was ich da drin gemacht habe. Ich gönne grundsätzlich allen den Sieg. Das Aus war schon etwas überraschend, aber davon abgesehen, muss ich sagen, geht es mir gut damit. Also ich habe für mich persönlich schon genug gewonnen und das, was ich wollte, habe ich ja gekriegt. Ich wollte mitmachen. Nein, mir tut es nicht weh, dass ich raus bin. Also erstens, ich hätte die Gewinnsumme sowieso gespendet. Ich hätte das überhaupt nicht für mich behalten. Und zweitens hat mir das sehr viel gebracht. Ich habe jetzt eine tolle Erfahrung gemacht, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich bin ein total guter Dinge für meinen Neustart. Ich wollte unbedingt ins Dschungelcamp, weil ich das schon immer wollte. Also ich wollte das schon vor zwölf Jahren, vor 13 Jahren schon. Und ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal was machen würde, dann würde ich da echt gerne mal mitmachen. Das ist eine Herausforderung und ich war immer so ein bisschen Schisser vor verschiedenen Dingen und habe mir selbst nicht besonders viel zugetraut. Und das habe ich jetzt überwunden. Ich habe über mich gelernt, dass ich mir viel mehr zutrauen kann, als ich selber gedacht habe. Ich habe über mich gelernt, dass ich viel mehr aushalte, als ich vermutet habe. Und dass ich mit viel weniger auskomme, als ich immer dachte. Auch mit weniger Zigaretten. Ich denke nicht, dass das unbedingt an meiner Community gelegen hat, dass ich früher ausgeschieden bin. Ich muss mir das jetzt alles mal angucken und dann kann ich sagen, was Phase ist. Ich habe ja noch überhaupt keine Ahnung, was passiert ist oder wie alles aussieht in der Öffentlichkeit. Ich weiß nur, dass wir in dem Dschungelcamp alles ein bisschen anders sehen und uns alle sehr gewundert haben. Und auch ich habe mich gestern natürlich gewundert. Ich habe mich aber auch über Taras Auszug sehr gewundert. Das war nicht das, was wir vermutet hatten untereinander. Und ja, es ist aber, wie es ist. Und ich bereue nichts, was ich da drin gemacht habe. Ich würde rückblickend im Camp gar nichts anders machen, aber ich weiß noch nicht, was ausgestrahlt wurde. Und werde mich dazu nochmal ganz spezifisch äußern, wenn ich alles weiß. Ich mochte sehr gerne Linda, Tina, Tara und Manuel. Also das war so unsere kleine Gang, hatte ich so den Eindruck. Ich habe mich sehr, sehr gut mit denen verstanden und mit Anushka habe ich mich leider nicht so gut verstanden. Dennoch ist sie, glaube ich, ein sehr netter Mensch. Aber ich mag halt nicht gerne, wenn man in einem Team zusammen ist und jemand keinen Teamgeist hat und Egoismus zeigt. Ich gönne grundsätzlich allen den Sieg, denn jeder, der da drin ist, hat das alles jetzt schon durchgehalten. Ist durch den Hunger gegangen, ist durch diese ganzen Grenzen gegangen, die man auch wirklich überschreitet. Es ist verdammt hart, nicht zu schlafen und nicht zu essen und beziehungsweise höchstens drei Stunden am Tag zu schlafen. Das alles durchzuziehen und dann noch Prüfungen zu machen. Also da ziehe ich vor jedem den Hut, egal wer das ist. Meine Pläne für die Zeit nach dem Dschungel stehen schon fest. Also ich werde wieder in die Musik gehen. Ich habe im Juni eine Show geplant und ich werde mich darum kümmern auf jeden Fall. Und im Fernsehen steht, glaube ich, auch noch einiges an. Es gibt einige, mit denen ich gerne Kontakt halten würde. Also natürlich Tina, Tara und Manuel und Linda. Das sind ja so meine Favoriten. Da würde ich mich sehr freuen, wenn der Kontakt bestehen bleibt. Auch Harald. Und Harald ist nicht ausgeschlossen. Also finde ich auch einen sehr interessanten Menschen. Und ja, also ich freue mich über alles, was da so kommt. Meine liebe Community und meine lieben Fans. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr mich so supported habt. Leider ist es jetzt nur so weit gekommen, wie es gekommen ist. Aber es ist schon immer weitergegangen. Das wisst ihr. Und ich weiß, dass ihr vor mir steht, hinter mir und neben mir. Und dafür danke ich euch. Mua! Ich freue mich.